EFA Schließanlagen – unsere Kompetenz, Ihre Vorteile Erfahren Sie mehr zu den drei zentralen Fragen zum Thema Schließanlagen. Was ist eine Schließanlage? Was sind die Vorteile einer Schließanlage? Und wie können Sie davon profitieren? Eine Schließanlage ist eine Kombination von Zylindern und Schlüsseln. Sie legt fest, wer wo Zutritt hat und sie organisiert und vereinfacht die Organisationsabläufe in Unternehmen. An diesem Beispiel sehen Sie einen Schließplan für eine Organisation. Nutzer, Räume und Bereiche werden in Beziehung gebracht. Das bringt Übersichtlichkeit und mehr Kontrolle für Sie. In eine EFA Schließanlage können auch Möbel, Hebel oder Schaltzylinder integriert werden. Auch kann Mechanik mit Elektronik in einem Gebäude kombiniert werden. Klare Hierarchien können umgesetzt werden, der Chef sperrt alle Türen, die Mitarbeiter nur Ausgewählte. Unsere ausrechnungsstarken EFA-Systeme setzen diese hochkomplexen Zutrittshierarchien um. Eine Schließanlage bildet das funktionelle Organigramm eines Unternehmens ab. Hier ein Beispiel einer Schließanlage für eine Organisation. Der große Vorteil? Ein Schlüssel sperrt alle Zylinder je nach Berechtigung. Das vereinfacht die Verwaltung für Unternehmen enorm. Das Besondere an einer Schließanlage für Wohnanlagen ist, dass Bewohner mit nur einem einzigen Schlüssel alle Türen mit Zutrittsberechtigung öffnen können. Das erhöht den Komfort der Bewohner und vereinfacht die Verwaltung. Auch eine eigene Sperre für Servicetechniker kann integriert werden. An diesem Beispiel sehen Sie den Aufbau einer Schließanlage in der Wohnanlage. Alle Bewohner öffnen mit einem Schlüssel den zentralen Hauseingang und die Gemeinschaftsräume. Jeder Einzelne kann aber nur in die eigene Wohnung hinein. Sie als Partner können größere Projekte und damit mehr Umsatz erwirtschaften. Durch das EFA-Schließanlagen-Know-how können Sie Ihren Kunden individuelle Lösungen anbieten. Sie profitieren von fünf verschiedenen mechanischen Systemen. Alle sind mit der EFA-Elektronik kombinierbar. Unsere Referenzen sprechen für sich. Kontaktieren Sie uns.